Materialien können Objekten oder Klassen zugewiesen werden. Die Objekte des 3D-Modells werden in diesem Schritt über die Klasse mit 3D-Material belegt und diverse Visualisierungen erstellt. Lassen Sie sich überraschen. Öffnen Sie die Datei 14 visualisieren.vwx. Im Zubehörmanager finden Sie im Bereich Materialien 3D die für das Modell notwendigen Materialien. Dort sehen Sie auch das Belagmaterial für die Terrassen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Material Backstein Rau 01 matt und wählen Sie den Befehl Bearbeiten. Der Dialog Material bearbeiten erscheint. Hier können Sie wie in anderen 3D-Programmen gewohnt, z.B. Cinema 4D, die Kanäle für Farbe, Spiegelung, Transparenz und Relief einstellen. Vectorworks bietet hier die Möglichkeit sowohl ein Bild als auch prozedurale Shader wie etwa Noise, Frönell, generiertes Steinpflaster oder ähnliches zu verwenden. Da die Terrassen noch kein Material haben, soll das hier angezeigte Backsteinmaterial zugewiesen werden. Verlassen Sie das Dialogfenster des 3D-Materials. Suchen Sie in der Navigationenpalette nach der Klasse Backsteinbelag. Mit einem Rechtsklick auf den Klassennamen wählen Sie den Befehl Bearbeiten. Im linken Bereich unter der Kategorie Materialien aktivieren Sie Material und wählen mit einem Doppelklick Backstein Rau 01 matt aus. Schließen Sie das Fenster mit OK. Das Material ist zugewiesen. Mit der Importschnittstelle M-Textur finden Sie ein digitales Materialarchiv, welches Ihnen über 40.000 hochwertige digitalisierte CAD- und BIM-Texturen zum Download für die Visualisierung Ihrer Planung anbietet. Begeben Sie sich über den Menüpunkt Ansicht – Standardansichten rechts vorne oben in eine isometrische Ansicht des Gebäudes. Wählen Sie die Rendering-Einstellung Renderworks aus dem Menü Ansicht – Darstellungsart. Warten Sie, bis der Render-Vorgang abgeschlossen ist. Siehe Info rechts unten. Neben den Darstellungsarten Drahtmodell, OpenGL und Renderworks schnell etc. gibt es in Vectorworks noch Renderstile. Speichern Sie damit häufig verwendete oder gelungene Rendereinstellungen unter einem Namen ab. Diese lassen sich anschließend per Drag & Drop auf ein beliebiges Modell übertragen. Es werden bereits einige Renderstile mitgeliefert. Wählen Sie dazu im Einblendmenü Darstellungsarten – Renderworks – Renderstil – Gipsmodell. Um eine Kameraperspektive anzulegen, wählen Sie als aktive Ebene Erdgeschoss – Fertigboden und bei den Standardansichten 2D-Plan in der Darstellungszeile aus. Wählen Sie nun aus der Werkzeuggruppe Visualisieren das Werkzeug Kamera. Ziehen Sie dafür in der Ansicht 2D-Plan eine Leitlinie vom Hilfspunkt A zum Hilfspunkt B. Dabei legt der Anfangspunkt die Augenhöhe und der Endpunkt die Blickpunkthöhe fest. Alle Kameraeinstellungen lassen sich in der Informationenpalette ändern. Erhöhen Sie in der Informationenpalette den Blickwinkel auf 90 Grad und klicken Sie auf Kamera aktivieren. Rendern Sie nun die Kameraperspektive beispielsweise in der Darstellungsart Renderworks. Sie können die aktivierte Kamera nun über den Befehl Ansichtsbereich anlegen aus dem Menü Ansicht als Ansichtsbereich auf einer Layout-Ebene anlegen. Mit welcher Darstellungsart diese Perspektive dargestellt wird, lässt sich dort in der Informationenpalette unter Hintergrund Darstellungsart einstellen. Es wurden bereits Visualisierungen als Ansichtsbereiche in diesem Dokument angelegt und für dieses Tutorial gerendert. Am schnellsten gelangen Sie dorthin, indem Sie in der Darstellungszeile in die verschiedenen Layouts wechseln. Ansichtsbereiche, im Zubehörmanager angelegte Bildfüllungen oder auf Bildern basierende Renderworks Umgebungen lassen sich ebenso komfortabel über die Funktion Bildeffekte bearbeiten. Wählen Sie im Navigationfenster die Layout-Ebene V03 Visualisierung innen. Markieren Sie das Bild und aktivieren Sie in der Informationenpalette Bildeffekte hinzufügen. Klicken Sie nun auf den Knopf Bildeffekte. Unter Temperatur schieben Sie den Regler leicht nach rechts. Schließen Sie das Fenster mit OK. Echtzeitanimationen und 360-Grad-Panoramen können Sie mit dem Befehl Animation anlegen und dem Befehl Exportanimation ausgeben. Nutzen Sie dabei die Vectorworks Cloud Services und rendern Sie Ihren Film im Hintergrund. Sie werden hier die Vectorworks Cloud Services und genieren Sie im Hintergrund. Untertitelung des ZDF, 2020